In unseren Sehnsüchten verbirgt sich ganz oft unsere Kreativität. Unsere Kreativität finden wir dort, wo sich unsere inneren Kinder aufhalten. Wenn es kein Wenn und Aber gäbe, was würdest du gerne tun? Wenn es keine Rolle spielen würde, wie alt du bist, was würdest du dann gerne noch machen? Finde heraus, wo in dir die Lebensfreude steckt. Was wolltest du schon immer mal tun und hast es nur vergessen oder dich nie getraut? Gleichgültig, wie alt du bist. Nimm Kontakt mit deinem inneren Kind auf.